Herzlich Willkommen auf meinem YouTube Kanal. Mein Name ist Benjamin Weibel und meine Vorliebe ist es Videos zu erstellen, Internet Marketing und vor allem auch das Video Marketing. Und der Königsweg oder einer der besten Wege um im Internet dauerhaft erfolgreich zu sein mit seinem Business und das ist auch vollkommen egal in welcher Nische man tätig ist, das ist ganz einfach immer frischen Content zu erstellen, der hilfreich ist und vor allem interessant ist. Und wer das schon versucht hat, das einfach umzusetzen, egal ob in Videoform oder in Artikelform, wenn man eben auch Artikel veröffentlicht, der weiß, dass es ziemlich schwierig ist oder gar nicht einfach ist, regelmäßig neue Ideen zu haben, um Content oder Videos zu erstellen, die seinen Zusehern wirklich weiterhelfen und nützlich sind. Das ist wirklich schwierig, jeder weiß, dass der das schon versucht hat. Und genau aus diesem Grund habe ich heute für Sie ein tolles Geschenk. Ich habe jetzt lange Zeit recherchiert und habe 55 Ideen zusammengesammelt, mit denen man regelmäßig unzähligen hilfreichen Content erstellen kann. Also wer diese Liste in seinen Händen hat, die ich jetzt büsam zusammengesucht habe, der wird nie wieder ein Problem haben, Ideen zu finden oder neuen Content zu erstellen. Ich habe das in einem kostenlosen Report zusammengefasst, diese Liste. Und alles, was Sie jetzt tun müssen, um diesen Report zu bekommen, natürlich völlig kostenlos, ist klicken Sie auf den Link unter diesem, beziehungsweise neben diesem Video und dann tragen Sie sich einfach mit der E-Mail-Adresse ein und dann können Sie sich sofort diesen Report downloaden. Und dann ist dieses Problem für Sie für alle Zeiten gelöst. Das ist mein Geschenk für Sie, weil Sie jetzt hier neu auf meinem YouTube-Kanal sind. Und ich rate Ihnen auch, um weitere Updates zu bekommen. Abonnieren Sie meinen Kanal, auch das können Sie hier im Video mit nur einem Klick machen. Und ich freue mich natürlich auch auf Ihre Kommentare und übergefällt mir es weiterhin, dass das Video hilfreich für Sie war. Gut, das war es jetzt von mir. Wie gesagt, klicken Sie auf den Link unter oder daneben dem Video und laden Sie sich jetzt Ihren kostenlosen Report herunter und dann sehen wir uns im nächsten Video. Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.